Hallo und willkommen zurück zu Planet Zoo. Ich wollte ja gucken, gibt es Designs für Arktis? Oh, hier gibt es einen geilen Weihnachtsbaum. Das will ich da nicht hinhauen. Gut. Euch geht es soweit gut, bis auf Bildung. Können wir schon bilden? Ja, hier, komm. Gönn dir. Wir machen erst mal auf diesen kleinen Raum hier. Schön. Oh, ich habe schon einen Besucher. Community-Wettbewerb abgeschlossen. Inspektor kommt. Sehr schön. Okay. Was brauchen wir noch? Hier, guck mal nach. Dann hole ich ab. Gib, 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 gib. Ja. 300 Gäste. Ja, das finde ich gut. Ähm, was haben wir denn noch? Kontinent. Europa. Grimisch-Eisbär. Magst du Kälte? Du magst Kälte. Finde ich sehr positiv von dir. Eurasischen Luchs. Du brauchst auch viel Platz, ne? Ja. Polarfuchs haben wir. Rentier. Rentier geht. Rentier. 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 Gott. Über einen schönen Berg. Und eine Höhle. Wo gehst du denn hin? So. Oh, sehr nice. Das wird mal beibehalten. Die sollten wir definitiv beibehalten. Okay. Wie gehen wir jetzt weiter voran? Wie gehen wir jetzt weiter voran? Würde ich sagen, wir gehen jetzt hier ab. Wir gehen hier ab. Ist ja nicht schlimm. Wir brauchen jetzt mal einen Weg. Einen Weg. Nee. Das machen wir so. Wir gehen hier in einem Bogen lang. Können wir? Geht das? Ich möchte das gerne wissen. Hier zwischendurch. Okay. Dann machen wir das nämlich anders. Dann machen wir das anders. Das werde ich gerade hier nochmal umbauen. Aber. Da hin. Guck mal dazu. Dann haben wir hier jetzt ein schönes Rentiergehege rein. Ähm. Rentiere. Rentiere benötigen. Ein Männchen und ganz viele Weibchen. Okay. Haben wir auch gute Rentiere zum schmalen Kurs. Ich gehe hier, dass sie fruchtbar sind. Ja. Okay. Da habe ich jetzt, äh. Na? Danke. Sehr schön. Nicht genug Platz im Mitarbeiterraum. Ja, das lässt sich ändern. Das ist ja kein Problem. Es wird dunkel. Das lässt sich ja problemlos ändern. Einrichtung. Ein schöner Mitarbeiterraum. Hm. Da. Oh. Du bist so großartig. Du bist so großartig. Okay. Was haben wir denn hier? Äh. Mitarbeiter. Mitarbeiter überarbeiten sich nicht so schnell. Mitarbeiter mit einem Bonus. Und lernen sie über ihre Arbeit. Was ihren Trainingsbedarf auf später verschiebt. Ja. Eine größere Chance an Reichweite. Blablabla. Verkäufer. Medizinische Versorgung. Das kriegen wir hin. Dann machen wir das nämlich anders. Äh. Nee. Gib mir. Ich möchte das selber drehen. Danke. Okay. Dann bauen wir jetzt hier. Das dreht hier gegen hier rein. Und hier. Und hier will ich noch durchgehen. Oder hochgehen. Oder. Wahrscheinlich will ich hier runtergehen. Oh Gott. Ja. Das wird eine Herausforderung. Aber es wird cool. Okay. Wie hoch muss die Sicherheitsanforderung? Die ist gestresst. Danke. Sicherheitsanforderung beim Rentier. Grad 2. Da können wir ja schön damit bauen. Den können wir doch damit schön bauen. Dann haben wir einen einheitlichen Look. Die trainiert. Der ist aber schnell. Okay. Ja. Das wird. Das wird. So. Wir waren jetzt bei der Barriere. Das bekommen wir hin. Und zwar da. Das. Krass. Na. Na. Machen wir das so lang? Die können wir ja auch nicht in der Kurve bauen. Oder jetzt so. Lassen wir die Kurve nämlich stehen. Das dahin. Und da. Jetzt gerade rüber. Ich glaube mal wir gehen von so nach so. Das sollte meiner Meinung nach auch schon reichen. Na? Bitte, bitte. Gut, hätten wir das. Dann kommen wir hier schräg lang. Ne, weg. Machen wir das so. Dann haben wir dich. Und dich. Und dann rücken wir dich mal runter. Das war's. War doch mal eins. Eins, fünfzig. Lohnt sich das für die? Das ist jetzt eins, fünfzig. Wäre so viel. Dann machen wir das anders. Können wir nicht Glas einbauen? Ne, das sieht kacke aus. Glas. Da brauchen wir da Glas ein. Ist doch kein Problem. Aber. Das Glas können wir nicht blickdicht machen. Ähm. Ne. Das wäre uncool. Aber das hat ja wieder diesen oben. Diesen. Ja, ist das kalt? Kein Problem. Kann noch beheizen. Der Klinz war transparent. Dann machen wir das so. Dann machen wir das so. Hier fügen wir das ein. Dann kann ich den noch ein Stück nach da schieben. Ja. Dann machen wir den nämlich auch so. Jetzt nicht runter auf eins. Fünfzig. Ungefähr. Ja. Gut. Okay, hätten wir das. Los. Jetzt mal dich ein Stück rüber. Ein Stück rüber. Und. Ich da hin. Und da. Und das. Ja. Ähm. Siehst du, der braucht ja noch eine Tür. Eine Tür. Warte ich schon. Nee. Den. Den. Den Pollerfuchs. Genau. Pollerfuchs. Hier kommt das Rentier rein. Und hier. Haben wir die eigentlich schon zugefügt? Nee. Eingang. 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 Genau. Eingang. Du wirst da arbeiten. Eingang. Und dann fügen wir dich mit hinzu. Das und das. Wir machen drei Tiere und dann machen wir einen neuen Bereich. Nicht. Ich hoffe, das wird besser. Wir sollten mal vielleicht auch mal gucken, was wir vielleicht auf medizinische Sachen gehen. Und jetzt tun wir die Rentiere rein. Klingt nach dem Plan. Hallo, Rentiere. Sehr schön. Das ist ein Rentier. Wie groß bist du? 2000. Ja. Sollte reichen. So, was brauchst du? Du brauchst einen stabilen Rücksichtsort. Das sollte man noch hinbekommen. Mal. Das da. Da bist du. Du bist einfach nur wieder zu riesig. Einfach zu groß. Okay. Wie groß bist du so mittel? Okay. Gelände ist in Ordnung. Temperatur ist in Ordnung. Bepflanzung. Oh. Okay. Wir haben das, 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 das. Ah. Auf einmal geht's. Okay. Die können ganz viel vertragen. Setzen wir erstmal ein paar schöne Bäume. Was da hin? Hier vorne. So eine kleine Hütte hier hingesetzt haben. Immer noch ein bisschen Nadelgewächse. festliche Tanne. Ah, festliche Tanne. Mit Dinosaurs? Was da hin? Ja, das war fast mit purer Absicht. Sehr schön. Warte, Rentierflichte? Rentierflichte. Okay. Wohlbefinden. Ich schätze mal, ihr habt auch Hunger. Wäre so ein cooles Ding, wenn ihr irgendwann auch mal Hunger habt. Da hin. So, was habt ihr garantiert auch irgendwann? Den brauchen wir noch. Hm. Spielzeug und Futterbeschäftigung. Eine Wassermelone noch. Und eine Tonne. Nee, das passt nicht rein. Machen wir mal dich rein. Ein bisschen Spielzeug. Und ein Kratzbaum. Sehr schön. Tag, Einrichtung. Ist aber noch nicht geguckt. Aber ich glaube immer noch. Ich glaube, wir haben noch Strom hier vorne. Hier haben wir auch noch Strom. Sollte man das natürlich auch wahrnehmen. Und das Ding hier hinsetzen. Rentier. Rentierflicht. Auf sechs. Sehr schön. Mit den Dingern brauchen wir nicht geizig sein. Viel Spaß damit. Jetzt hier Strom hinkommt, das weiß ich noch nicht. Das müssen wir gleich mal auskundschaften. Ja, hier kommt auch noch Strom hin. Na denn? Beschriften wir doch mal alles schön. Gut, hätten wir das. Das gute Rentier. Oder das mal so. Das klingt nach dem Plan. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Da, 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 da. Na. Und eben. Unebenheit. Design. Ja, Arctis. Das müssten wir hier noch irgendwie was hinbekommen. Das wäre... Ne, das will leider nicht. Aber hier müssen wir mal Mülleimer hin. Hier müssen wir jetzt hier vorne hin. Hier, ja. Denn wir müssen auf dieser Seite. Ja, hier. Damit die Leute echt zufrieden sind. Die Toiletten, die brauchen noch mehr. Oh, es wird Sommer. Hast du die Umgebung immer noch? Ja. Wird nicht allzu warm. Ist hier noch. Klimaanlage. Ist hier eigentlich richtig? Okay. Der Kumpel braucht mehr Erde. Viel mehr Erde. Warum geht es hier nicht so gut? Okay, Sozialverhalten. Was haben wir denn? Stress. Ja, dann sollten wir hier mal nochmal aufräumen. Ja. 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 Gute Polar... Ok, Rentier müssen wir danach machen. Sehr schön. Ein Euro, ja noch brauchen sie keine Benutzung, noch haben sie keine Benutzung. Ich raten diese bestimmt alle gerade in, machen gerade Pause. Oh, jetzt müssten eigentlich die ersten wieder kommen, ne? Ihr Kleinschlawiner. Gut, hätten wir das. Gehen wir hier erstmal lang, dann müssen wir das Berg, den Berg, das Berg, den Berg erklimmen oder erstmal da lang gehen, um die Leute erstmal so ein bisschen im Zoo verteilen zu können. Ok, das funktioniert, was könnten wir noch als nächstes machen? Quentinett, Europäer, Dachs, der Elch, immer wo ich brauche viel Platz. Wir haben tiefe Temperaturen ab, der auch, der so geht so. Der Lachfluchs interessiert es nicht, das ist das Schöne. Ok, wir haben jetzt einmal den Alpensteinbock. Nehmen wir den Eurasischen Luchs, 1 zu 1. Haben wir schöne Tiere da, die auch sehr fruchtbar sind. Lebenserwartung ist nicht sehr groß. Dich auf jeden Fall. Ok, wir sind eingeschränkt fruchtbar, aber nicht nehmen wir trotzdem. Können wir jetzt hier schön bauen. Ja, eine Tieflegerhütte haben wir hier. Ja, hier sind wir besetzt, das ist schön. Dann lassen wir uns das hier mal offen. Ne, eine spezielle Anforderung? Ne, ne? Nö. Ah, drei, drei Meter hoch und Kletterschutz. Ok. Das sollte ja kein Problem sein. Drei Meter hoch. Wir sollten den Weg erstmal weiter führen, nicht dass es unnötig Komplikationen gibt. Da hin, da hin. Dorthin? Das, 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 das. Diesen Weg. Sehr schön. Ah, den können wir jetzt ja nicht weiter bauen, ne? Da hin. Und hier hin. Das reicht schon. Ich würde mal sagen, das reicht. Ja, nicht. Oh. Na? Das war nur so zwei, drei Stellen machen, wo sie reingucken können und dann hat sich das Thema dann aber auch schon gegessen. Gut. Einmal rings. Ne. Ne. Machen wir das so. Na. Und auf drei Meter hoch. Wo ist der Kumpel? Hallo, Kumpel. Ich möchte hier gerne. Ach, da. Was kriegen wir hin? Drei Meter. Eh, Gott. Oh. Kletterschutz. Mal jetzt so. Links. Jawohl. Gut. Hätten wir das. Wieder Veterinärforschung fertig. Na, ist aber echt. Oh. Sehr schön. Na denn. Machen wir das so. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.